Drama um Yvonne Wölke? BFF Mikaela kann es nicht verstehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Mikaela, sie steht dennoch hinter Yvonne. Sie ist wirklich eine ganz tolle Frau, bis jetzt kam das ja leider noch nicht so rüber, schwärmt die TV-Persönlichkeit von der angeblichen Ehebrecherin. Außerdem stellt Mikaela klar, ich umgebe mich nur mit 100% loyalen, ehrlichen und positiven Menschen. Sie wünsche sich, dass Yvonne die Chance bekomme, in einem Format ihre wahre Persönlichkeit zeigen zu können. Dass es für sie auch positiv sein wird, erklärt sie. Erst kürzlich polarisierte Yvonne mächtig, nachdem sie an Peters Ehrentag einen Geburtstags-Video-Gruß auf Instagram geteilt hatte. Letztendlich ist das ganze Leben irgendwie eine Show und Yvonne ist auch schon ewig in dem Medienbusiness, verteidigt Mikaela sie dennoch. Sie schlägt vor. Genießen wir einfach die Show und lehnen uns zurück. Und wem es nicht gefällt, der soll einfach weiterklicken. Und wem es nicht gefällt, der soll einfach weiterklicken.